Wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht nicht mehr arbeiten. Und somit herzlich willkommen zu Großdenker, der Podcast. Heute gibt es eine andere Folge. Es geht jetzt weniger um das Thema Social Media oder Marketing, sondern einfach mal so ein bisschen erzählen, ein bisschen eine Meinung mal wieder. Moment, ich habe hier aus Versehens auf Stopp gedrückt. Und für alle, die den Podcast schon länger hören, ihr wisst ja, dass ich ab und zu auch mal so ein bisschen Selbstreflexion mache, ein bisschen Selbsttherapie und einfach über Dinge spreche, die mich im Moment betreffen, wie ich mich im Moment fühle, Themen, die aktuell sind. Und dann natürlich auch manchmal solche Themen wie, was für Content produziere ich, wie produziere ich Content, und wenn dich das Thema Content Marketing interessiert, dann schau auf jeden Fall die letzten Folgen dir an. Da sind immer wieder Dinge und Tipps, wie wir das Ganze sehen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Folge heute. Und für alle, die natürlich bei YouTube dabei sind, schön, dass ihr reinschaut, schön, dass ihr reinhört. Und dann starten wir. Wer sein Hobby zum Beruf macht, der braucht nicht mehr arbeiten. Das ist ja so ein Spruch, den viele immer bringen, den man auch irgendwo kennt. Und im Grunde stimmt es zwar natürlich, weil wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat und es auch funktioniert, dann ist es natürlich schön, weil du dann deinen Beruf ja gerne machst. Und so ist es bei mir. Ich mache natürlich gerne meinen Job. Ich liebe hier, was ich mache, ob es jetzt dieser Podcast ist, ob es unsere Kundenprojekte sind, die wir machen, um wirklich erfolgreich zu werden mit den Kunden, Dinge umzusetzen, neue Ideen umzusetzen, neue Konzepte. Und das ist wirklich das, für was ich brenne, was ich gerne mache und warum ich auch gerne morgens aufstehe. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage nicht, wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht nicht mehr arbeiten, sondern um sein Hobby zum Beruf zu machen, musst du viel arbeiten. Weil oft ist es ja so, überleg mal, was ist dein Hobby? Bleiben wir mal. Dein Hobby ist, ich will jetzt nicht sagen Fußball, weil das ging es jetzt gerade in so einem Videocall. Aber sagen wir mal, dein Hobby ist Bogenschießen. So, welche Möglichkeiten hast du? Du kannst einen Verein gründen für Bogenschießen. Du kannst vielleicht Trainer werden. Du kannst, ja, dann fällt mir schon fast nichts mehr ein. Du kannst vielleicht irgendwie Seminare, Bogenschießen anbieten für Teambuilding-Maßnahmen. Aber das ist alles so ein bisschen in dieser Trainersache. So, jetzt hast du vielleicht dein Hobby ist Bogenschießen. Und jetzt musst du mal überlegen, natürlich, wenn das dein Job wäre, so wie du das im Hobby machst, dann wäre das natürlich cool. Aber damit dein Hobby, dein Beruf werden kann, musst du dir ja so viel Arbeit reinstecken, so viel Herzblut, musst du dir wirklich den Arsch aufreißen, damit du deinen Traumjob, in Anführungsstrichen, ausleben kannst. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so gut, das zu machen, was du privat gerne machst. Natürlich, das sage ich auch immer wieder im Podcast und das sehe ich auch wirklich so, dein Beruf sollte dir richtig viel Spaß machen. Und natürlich, abgesehen von Gesundheit und Familie, das setzen wir immer voraus, ist der Job das Wichtigste, was du machst. Denn auf der Arbeit bist du die meiste Zeit. Und jetzt musst du mal aber überlegen, was, wie viel Arbeit musst du reinstecken in dein Hobby, damit das dein Beruf werden kann. Und deswegen ist es wirklich manchmal gut, ich habe es schon gesagt, das nicht zu machen. Also gar nicht den Beruf, also gar nicht nach Leidenschaft, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen zu gehen, sondern eher das zu wählen, was beruflich vielleicht auch Sinn macht. Ich will nicht sagen, geh den sicheren Weg und mach einen Job, einfach nur, damit du Geld verdienst, weil es geht jetzt nicht nur um Geld verdienen. Geld ist wichtig, ganz klar. Und ohne Geld können wir viele Dinge nicht machen. Zum Beispiel dein Hobby ausleben, weil du musst Mitgliedsbeiträge bezahlen, du musst vielleicht auch hinfahren können, du engagierst dich ehrenamtlich und so weiter. Das kannst du ja aber nur machen, oder viele Dinge kannst du nur machen, weil du ja auch Geld verdienst. Deswegen sollte man nicht immer nur seiner Leidenschaft folgen, sondern auch mal vielleicht einen Beruf machen, der soll natürlich nicht schlecht sein. Ich möchte nicht, dass du einen Beruf hast, in dem du jeden Tag denkst, oh nein, nicht schon wieder und so weiter, sondern schon einen Beruf, der dir Spaß macht, aber es sollte nicht unbedingt dein Beruf sein. Und das war mir gerade wichtig, sozusagen, weil ich hatte gerade einen Videocall für ein neues Projekt, was wir jetzt demnächst starten. Und da ging es so ein bisschen um das Thema Leidenschaft und Engagement. Und da hat man auch wieder gesehen, es ist nicht unbedingt immer so sinnvoll, nur das zu machen, was du, also prinzipiell im Leben ist es ja nicht so, dass du immer nur das machen sollst oder nicht immer nur das machst, was du gerne machst, sondern wir müssen ganz oft ja Dinge machen, auf die wir gar keinen Bock haben. Aber die, ja, dass du erfolgreich wirst, macht es dann aus, wenn du es dann trotzdem tust. Und, ja, deshalb, schau mal nicht immer nur, was mache ich gerne, sondern, was ist sinnvoll, wo habe ich trotzdem Spaß, wo kann ich mein Hobby ausleben, oder gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht wirklich das Hobby zum Beruf zu machen, damit du keinen Tag mehr arbeiten musst, aber ich würde eher sagen, es ist öfter so, dass wenn Leute ihren Beruf oder ihr Hobby zum Beruf machen, müssen sie viel arbeiten, damit sie das machen. Und in dem Sinn, denk weiterhin groß, wir hören uns nächste Woche und abonniere auf jeden Fall den YouTube-Kanal, dann siehst du auch immer unsere Video-Blogs und schau dir die Shorts an und folge uns auf Instagram, TikTok und Facebook gerne. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Content-Marketing braucht, wenn ihr irgendwie Dinge umsetzen wollt, meldet euch bei uns. ja, ihr findet uns, du hast uns ja schon gefunden, ja, Benachrichtigung bekommen bei Facebook und ihr denkt weiterhin groß, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.